Es war einmal eine verzweifelte Mutter. Wenn der König das Mädchen sieht, kann er es nicht töten lassen. Es ist doch sein Eigenfleisch und Blut. Und eine Entscheidung, die das Leben zweier Kinder maßgeblich verändert. Ist aber das erstgeborene Kind ein Mädchen, so wird es getötet. Und Schimpf und Schande kommen über die Königin. Ein zeitloser Märchenklassiker. Erstmalig in HD aufgearbeitet. Der vertauschte Prinz am Sonntag um 20.15 Uhr nur auf Anixe.